Ach richtig, hier kann ich ja nicht rüber bauen, weil geht nicht. Und hier ist das Gebiet zu hoch, toll. Und hier kann ich es wahrscheinlich auch nicht rüber ebnen, oder? Nein. Also, reißen wir mal wieder eine Viertelmillion weg. Wir haben ja die Kohle. Und ebnen wir mal wegen Meergelände. Und zwar genug, damit wir hier eine Aufwahrt hinpropfen können. Hier drüben reicht es definitiv noch nicht. Warum hebe ich überhaupt so viel an? Ich habe keine Ahnung. Passt schon irgendwie. Wieso kann ich jetzt hier wieder keine Aufwahrt hinbauen? Hier noch mehr ebnen, oder was? Warum geht denn das hier schon wieder nicht mehr? Ach jetzt. Ich hatte noch nicht genug Autobahn. Man braucht ja erstmal ein bestimmtes Stück Autobahn, damit man eine Auffahrt auf die Autobahn bauen kann. Warum auch immer. Oh, die Taste. So, dann bringe ich da noch was hin. Eine Flushaltestelle und eine... Obwohl hier jetzt nicht. U-Bahn-Station. Und das Solid-Kraftwerk. Red' ich. So viel wie halt geht. Was nicht viel ist. Zieh noch eine verschissene Leitung darüber. Und freuen uns. Die Bahn Schiene legen. Wo sind hier die nächste U-Bahn-Schiene? Wunderschön. Nein, nicht wirklich, aber... Ich tue mal so jetzt auch. Das ist auch möglichst viel wieder weg. Wie mir das so aussieht, würde man hier... Naja. Was auch immer tun. Keine Ahnung. Was weiß ich, wie das aussehen soll. Das kann ich wahrscheinlich hier gleich wieder die Autobahn nicht mehr hinschropfen. Doch, funktioniert sogar. Und natürlich sind Instant-Autos dabei. Die werden mitgeliefert, wenn man so Autobahnen baut. Sind immer so ein paar Autos mitgeliefert. Wunderschön. Hat mir irgendwie eine halbe Million oder so wieder gefressen. Aber passt schon. Alle beneiden für sie. Ja, garantiert. Oh, da fährt doch keiner mit. Alle der Storn hier weiß auch niemand. Na gut, ich habe die Autobahn mehrfach weggerissen. Kostet ja auch nichts. Ich könnte jetzt auch irgendwie so eine Schiene so gekonteren. Nein. Ich glaube nicht, dass ich jetzt da noch eine Schiene direkt daneben bekomme. Nicht als Brücke, nein. Das wird nicht funktionieren. Na nun kommt aber nicht. Riesenfeld hingewort. Niedrige Grundstückspreise. Hohe Grundstückspreise. Oh, da ist irgendwas. Das ist ja schon gut. Oh. Da sind noch ein paar Päusepflanzen. Ich muss entspannen. Diesen Erdbeben. War nicht lustig, sage ich euch. Das war nicht lustig. Moment, ist es das? Achso, das ist so ein... Ja, ja, ja. Das muss leer sein. Und gut. Ich dachte, da würde auch was fehlen. Apropos fehlen. Ich habe hier keine Bäume mehr nachgepflanzt. Nicht ganz vergessen. Da wird auch ein Grundstückspreis um 0,0000001%. Mindestens. Wenn nicht sogar 2. Also statt der 1 und 2. gab es keinen Unterschied zwischen Industrie und Dings. Ich habe hier noch irgendwas im Arsch. Ich bin einfach mal wirklich komplett durch meine Straße gezogen. Also ich habe hier noch etwas. Ich glaube, es ist ein Problem. 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 wilde konstruktion muss ich sagen sehr wilde konstruktion ich würde auch gern mal so ein autobahnkreuz bauen aber dafür habe ich glaube ich nirgendwo platz das ist saukomplexiert zu bauen wie ich feststellen durfte brauchen platz ohne ende nein das geht nicht hätte ich will hier müsste noch mal ewig der verkehr sein weil es die einzige möglichkeit ist mit der u-bahn da rüber zu kommen aber irgendwie so gar nicht komische sache ganz ganz komische sache so gibt es irgendwelche anfragen nein alles in ordnung das ist die nachfrage ist irgendwas damit zu tun hat vielleicht dass ich die dings abgerissen habe dieses special gebäude hier schon das ist eine gewerbegebiet gedrückt ich habe mir noch keinen platz für meinen schweineteuren freizeitpark schwierig 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 hier wächst einfach nichts und ich weiß nicht warum spedition so schauen wir mal die karte wieder an stimmung ist da unten immer noch rot aber ich habe das gefühl die wurde hier besser ein bisschen wir tun was soll es ob wir sagen jetzt einfach mal ja wir nehmen die grundstückspreise schon astronomische werte an luftwasser belastung ist fast wieder 0 sehr gut die luftbelastung ist halt minimal zurückgegangen 122 138 das ist wieder gesunken liegt vielleicht am erdbeben ich weiß es nicht erdbeben arbeitsmarkt 1 prozent windenergie ne hier moment wie hoch ist das hier von 16 jahre das sind 26 das muss ich also irgendwann unterwegs mal anpassen wenn ich da die straße rüberziehen will da war ich mir nicht sicher wenn ich das will komm ich hätte gern noch 1,6 million einwohner aber das wird schwierig gerade woher Industriegebiet ich ziehe hier auf jeden fall die straße rein 2,4,6,8,10 fast perfekt so wasserleitung ja bitte da könnte ich mal irgendeinen bahnhof bauen hier habe ich eine Zugschieneanbindung praktisch weil ich das aber ehrlich gesagt nicht komplett zubauen will wie viele Meter hat denn das jetzt 13 ich brauche 26 haben die Stromversorgung hier hinten ja haben sie erstaunlicherweise das heißt ich muss hier noch ein bisschen abgeben dann habe ich hier 26 genau was der Arzt verschrieben hat jetzt ist aber Platz so kriege ich da jetzt die Schiene so runter das ist keine Schiene das ist ein gefickter Bahnhof nein ich muss das einfach weiter hoch jetzt müsste ich die Schiene hier runter bekommen oder ja wunderbar das geht natürlich schon mal nicht 26 ich will aber hier 13 irgendwie falsch 0 Meter das kann auch nicht ganz sein aber geht das so irgendwie geht das schon was habe ich denn jetzt gemacht ich will es gar nicht so genau wissen glaube ich jetzt wollte ich das nicht haben wie viel ist das jetzt das ist 26 genau was ich haben möchte so jetzt müsste es aber gehen oder nein nein Fick mich äh was Fick dich So jetzt aber Na also Auch gar nicht so schwer Doch war es Aber wir haben es geschafft Und bauen hier erstmal einen Bahnhof hin Sehr gut Und wenn wir schon dabei sind Bauen wir hier gleich noch Eine Bushaltestelle Eine Uhrenstation Wieder gucken Boah ich zieh den hier Muss halt da hin Uhrenbahnverbindung So Das war jetzt natürlich genau da Wo ich meine Wasserleitung gelegt hatte Natürlich war das genau da Wo denn sonst Scheiße Jetzt muss ich da wieder was Neues einfallen lassen So ein Mist Ein dummer Egal Wir bauen jetzt erstmal U-Bahn-Schiene Ich nehme nicht an Dass ich da jetzt einfach so drüber bauen kann Natürlich nicht Das wäre gerade abwegig Wenn das funktionieren würde Das funktioniert nicht oder Ne das wird hier zu ungerade Könnte man denn hier Man kann hier nirgendwo Das ist das Problem Kann ich das anheben? Nein Hier wird ein sehr guter Punkt Muss ich sagen Hier ist halt die scheiße Brücke schon wieder Wisst ihr was? Ihr müsst mal weg Ich brauche euch dann nachher vielleicht wieder hin Wenn ihr dann wieder hinpasst Wenn ihre Nachbrücken passt Okay das ist definitiv zu viel Ich kann gleich eine richtige Straße rüberbohren Scheiße So vielleicht Scheiße Das wird glaube ich nie wieder irgendwas werden Ne ich glaube es nicht Gut Bauen wir die Dings wieder drüber Jachthafen Die jetzt natürlich auch nicht mehr hinpassen Doch Oder auch nicht Einer zumindest passt nicht mehr an Aber ich werde das Teufel tun Das nachzupässern Das funktioniert natürlich nicht Das ist echt ein bisschen scheiße gemacht Ich müsste irgendwie hier so rumlegen So rum Ich kann es nicht hier zufällig bereinigen Nein Es sei denn Ich Ich mache jetzt so eine Pause Aber dann muss ich es nachher wieder hinbauen Dann verändert sich die Struktur wahrscheinlich wieder Ja wahrscheinlich schon Mist So ein Mist Ein dummer Ist doch kacki Hier wird es langsam schon wieder eng Jetzt kann es ja noch mehr Wohngebiete Äh Gewerbegebiete Was ich mir für Wünsche habe Das ist doch Wahnsinn So damit die Verbrecher auch mal Wenn sie Freigange haben Direkt wegen was Einkaufen können Oder überfallen Je nachdem worauf sie gerade Lust haben So ein Haufen Platz Da können wir dann ein Haufen Zeug reinquetschen Schule in Hülle und Fülle Das heißt es gibt wahrscheinlich bald keine mehr Das ist eine große Baustelle Ähm Ja ich brauche heute wieder Schuhen Es sind nicht genug Kinder gestorben Ich brauche noch ein Erdbeben Traggäuser brauche ich wieder Und was brauche ich noch Wollen wir noch Wollen wir noch Dings 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 Da ist noch Platz Wir haben immer noch Zwei Pulte übrig So dann nochmal Drei Schuhe Was für nix So brauche ich sonst noch was Nein Aber damit ich nicht vergesse Dass ich hier noch Platz frei habe So Feierabend Mystiker Das ist ganz schrecklich So ein politischer Dummheri Was Uwe in Fülle Hälfte aller Politiker Von Forsaken Vor zwei Monaten passiert Noch hat es niemand Bemerk Äh gemerkt Google Können wir hier Und jetzt auch noch ein weiter Industriegebiet Aber es ist gerade Gar keine Nachfrage Da mehr Weil Wir hatten Nachfrage Jetzt nicht mehr Jetzt interessiert es uns nicht mehr Jetzt muss wir es haben Was wir wollten Da könnte ich theoretisch auch was reinbauen Weil das hier überall steht Da hinten wird es dann zum Ghetto Was der Hölle Sieht fast schon wertvoll aus Aber nur fast Rasen Natürlich Warum auch nicht Astronomische Grundstückspreise Ich will gar nicht wissen Was das Hotel kostet Oder das Zimmer Naja 50.000 Euro im Monat Musst du schon auf den Tisch legen Medizin Das kommt wieder an Leben Ja Stand hier nichts drin Oder was sag ich So können Studenten spielen Und so Wow Meine Industrienachfrage Ist gerade tot Also richtig tot Tod oder Witzel Das kann ich glaube ich Auch wegreißen Und das hier Schandelt nur die Landschaft So gibt es hier noch irgendwas Zu meckern Motzen Jammern Ich bin so gut Das Hafen wächst nicht weiter Bahnhöfe Was? Häfen ist aber doch nicht An die Küste bauen Das ist ja totaler Unsinn Ja ja Blablabla Blablabla Es wird überhaupt kein Problem sein Wegen so viel Wie wir das Budget ausgeben können Ernste Verkehrsprobleme Ach Das nächste Erdbeben Wird ich schon lösen So wie sieht es denn mit dem Budget aus Wir nehmen wieder mehr ein Gut die sind alle weg Werden wahrscheinlich auch nie wiederkommen Aber das passt schon Transzideinnahmen Ich will gar nicht wissen Wie viel wir dafür ausgeben müssen Um diese Einnahmen zu erreichen Aber das passt schon irgendwie So wir gucken hier nochmal alles durch 120 Was Soll der Unsinn Ich hab doch Schulen und alles überall hingeklatscht Und Museen Mehr als je zuvor Ich hab mir was gegen die Umweltverschmutzung getan Das Da ist noch Verschmutzung Warum auch immer Wahrscheinlich weil das Schiff hier gerade irgendwie Im Jachthafen angelegt hat Mittel Ich würde meine Autobahn ja doch noch gleich noch So irgendwas nütze Wenn die Leute Naja Wenn du da oben wohnst Wenn du da unten arbeitest Dann nimmst du schon die Autobahn Das ist schon bequem Aber ich würde sagen Ich speichere runter Was ist denn? Zwei Ja bitte Schade dass wir die 1,6 Millionen Nicht mehr geknackt haben In dieser Aufnahme Aber das scheiß Erdbeben war schuld Das Erdbeben ist immer schuld Das sagen alle Das hat mir meine eigene eigene geklaut Wird bestimmt ne Hafensimulation Und so endlich Wald gegen am Wasser gebaut Marmorwerk Das ist jetzt schon richtig edel hier Schade dass man die Schiffe nicht anschauen kann Titanic Sinkt bald 98% aller Flüge Gut 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 Wir machen nochmal bis zum nächsten Monat Vielleicht steigt die Nein Das ist jetzt schon Nicht schon wieder ein Erdbeben Oder Ich bin nur noch auf Vollgas Weg mit dem Spiel Na gut Ein Monat lassen wir noch erstreichen Und was war das eben Das war schon so ein Erdbeben-Ding Wir speichern einfach Nichts passiert Nichts passiert Hier ist eine Stadt nochmal von oben Ziemlich luftig hier auf dem Berg Dann würde ich sagen Das war es für heute Mit SimCity 3000 Ich hoffe er hat genauso wenig Spaß wie ich Scheiß Erdbeben Scheiß Erdbeeren Moment Was Egal Karl Ich werde das jetzt also mal Encoden Mal gucken wie sich mal ein neuer Resizer Man muss es ja immer übertreiben Schlägt Mit dieser neuen Superauflösung Von 4.096x2.3.4 Die YouTube jetzt für Original haben will Oder Ich Ich drehe aber mal voll auf Das passt dann schon Was soll schon schief gehen Außer die Dateien irgendwie 10 GB groß werden Pro 20 Minuten oder so Aber ich muss es ja hochladen Nicht Ihr Ja Ach sie ist Egal Karl Das war es mit heute Mit SimCity 3000 Sagen wir sehen Bis zum nächsten Mal Sagt mir was ihr von der Idee haltet Auf SimCity 4000 oder so um zu steigen Oder 4 oder wie auch immer Das war es ja so um zu steigen